Abflug Memmingen Herzlich Willkommen beim Reiseservice Abflug Memmingen. Ich möchte Ihnen heute kurz den Sommerflugplan 2015 am Memminger Airport vorstellen. Dieser geht vom 29.03.2015 bis 26.10.2015. Die Ziele Berlin und Hamburg werden von der Airline Intersky angeflogen. Berlin Sonntag bis Freitag und Hamburg Montag bis Freitag. Sie können bei uns nur Flug im oberen Bereich oder Kombipakete, das heißt Flug und Hotel, für die jeweiligen Flugziele buchen. Wir haben hier eine Vorauswahl von guten Hotels für Sie getroffen, welche mindestens 80% Weiterempfehlungsrate haben und eine gute Lage haben. Schauen Sie einfach auf unsere speziellen Seiten dafür. Weiter geht es mit dem Billigflieger Ryanair nach London, Dublin und Schennen. Die Flugziele Skopje in Mazedonien und Kiew in der Ukraine werden von dem Billigflieger Visea angeflogen. Weiter fliegt Visea Belgrad in Serbien, Tagamures und Temeswehr in Rumänien, Tuzla in Bosnien. Dieses Flugziele wird voraussichtlich ab 26.06. angeflogen, sowie Sofia in Bulgarien ab 16.09. Und Vilnius in Litauen ab 14.09. mit dem Billigflieger Visea angeflogen. Die südlichen Ziele werden mit Ryanair angeflogen. Hier Alicante, Barcelona, Malaga und in Portugal die Flugziele Porto und Faro. In Italien Rom, Sardinien und Sizilien. Sizilien haben hier eine Besonderheit. Da fliegt Ryanair das Flugziel Trapani an, sowie auch Palermo. Also beachten Sie hier den Flugtagewechsel im Juli von zunächst Mittwoch, Sonntag, dann auf Dienstag und Samstag. Und Palermo wird Mittwoch, Sonntag angeflogen. Weiter geht es mit Ryanair nach Greta, nach Mallorca. In Mallorca haben Sie hier die Möglichkeit auch eine Reise zu buchen. Pauschale Reise, Flugtransfer mit guten Hotels, ebenfalls mit 80%. Weiterempfehlungsrate informieren Sie sich hier auf unseren Seiten. Teneriffa, nur Flug, klicken Sie hier. Wenn Sie Urlaub suchen, Pauschale Reisen, Flugtransfer und gutes Hotel, klicken Sie hier. Antalya wird mit Sun Express im Sommerflugplan 2015 am Memminger Airport angeboten. Neapel, bzw. die Weiterreise nach Ischia, wird mit dem Flugtag Sonntag angeboten. Beachten Sie hier die Flugpause im Hochsommer. Dann geht es wieder weiter im Herbst. Calvi wird mit Rombag Reisen angeflogen. Klicken Sie einfach hier für bestimmte Reisen, bzw. auch nur Flüge. Dann allgemein Last-Minute Reisen können Sie hier auswählen. Flüge ab München oder Stuttgart. Falls die Flugziele hier ab Memmingen nicht dabei ist, können Sie bequem hier wählen. Auf der rechten Seite haben wir noch eine Besonderheit. Hier finden Sie ausgesuchte Reiseangebote Flug und Hotel ab Memmingen, Berlin, Hamburg, Rom. Beachten Sie, dass bei Städtereisen der Transfer vom Flughafen zum Hotel meist nicht mit dabei ist. Bei klassischen Urlaubsreisen, z.B. Teneriffa oder Greta, ist dies meist dabei. Es sei denn, es ist in der Reisebeschreibung angegeben, dass der Transfer nicht mit dabei ist. Bitte beachten Sie dies hier. Sie können alternativ natürlich auch einen Mietwagen ab dem Flughafen hier mit dazu buchen. Hier finden Sie auf jeden Fall ausgesuchte Reiseangebote mit mindestens 80% Hotelweiterempfehlungsrate. Reinschauen lohnt sich hier immer. Auch ist bei einer Pauschalbuchung mit Ryanair immer ein Koffer pro Person mit dabei. Diesen müssen Sie also hier nicht extra bezahlen. Wenn Sie nur Flugschnäppchen suchen ab Memmingen, finden Sie dies unter diesem Link. Hier ist dann der Flugpreis aufgelistet und das Reiseziel zweitrangig. Eine weitere Besonderheit finden Sie auf unseren Seiten abflugfmm bzw. flughafenmemmingen.eu. Wenn Sie darunter schauen, aktuelle Zeiten am Flughafen bei Ankunft und Abflug. Auf dieser Seite sehen Sie die aktuelle Zeiten am Flughafen. Hat sich was verspätet oder hat sich nichts verspätet? Wie schaut es momentan aus? Finden Sie hier alle wichtigen Informationen dazu. Weitere Informationen finden Sie natürlich auf unserer Seite abflugfmm.de oder flughafenmemmingen.eu. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug ab Memmingen. Memmingen. Untertitelung des ZDF, 2020